Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 9 Fakten zum König der Löwen Remake. Ja, bei König der Löwen handelt es sich um einen Disney Klassiker aus dem Jahre 1994, nun, 2019, kommt das Remake wieder auf die Leinwand. Es ist nicht nur ein absoluter Fan-Favorit unter den Disney Filmen, sondern es geht hier um den weltweit kommerziell erfolgreichsten Zeichentrickfilm aller Zeiten. Jon Favreau hat sich nun, 25 Jahre später, an ein Remake gewagt. 9 Fakten zur Neuverfilmung des beliebten Klassikers. 1. Ein ikonischer Song hätte es beinahe nicht in den Film geschafft. Kaum ein Song eines Disney-Bösewichts hat sich dermaßen in das Gedächtnis der Kino-Zuschauer eingebrannt, wie Scars Seidbereit. Als bekannt wurde, dass jenes diabolische Intermezzo des machtbesessenen Onkels nicht im König der Löwen Remake zu sehen sein würde, war der Aufschrei unter den Fans dementsprechend groß. Die Folge Seidbereit hat es in letzter Minute mit einigen entscheidenden Änderungen doch noch in die Endfassung des Films geschafft. Seidbereit wurde zum einen auf den Stimmunfang und das sängerische Können angepasst. Zum anderen entschärfte Disney die Szene durch den Verzicht auf einige Elemente. Die Originalsequenz war am Nazi-Propagandafilm Triumph des Willens angelehnt, wovon in Favros König der Löwen nichts mehr zu sehen ist. Fakt Nummer 2 Das Disney Remake setzt auf afrikanische Wurzeln. Ganz und gar afrikanisch scheint das Motto des neuen König der Löwen zu sein. Im Gegensatz zur 1994 veröffentlichten Fassung werden sämtliche Löwen und Löwinnen, nämlich von Schauspielerinnen mit afrikanischen Wurzeln gesprochen. 1994 hingegen wurde dies nur im Falle von Mufasa, Sarafina und Sarabi, der jungen Nala und des gesungenen Parts von Simba gehandhabt. Fakt Nummer 3 Zwei Hyänen mussten sich von ihrem Namen verabschieden. Konsequent zeigt sich das neueste Disney Remake nicht nur bezüglich der Synchronsprecherinnen für die Löwen, sondern unter anderem auch in der Namensänderung zweier Nebenfiguren. Das Trio Shancy, Bensai und Ed trägt nur den Namen Shancy, Kamari und Azizi. Fakt Nummer 4 Seth Rogen und Billy Eichner improvisieren, was das Zeug hält. Dass Jean Favreau den Schauspielern für König der Löwen so einiges abverlangte, davon können Seth Rogen und Billy Eichner ein Lied singen. An ihrem allerersten Tag am Set wurden die Timon und Pumba-Darsteller mit der Aufgabe betraut, sämtliche Dialoge zweimal mit dem Drehbuch in ihren Händen und einmal auswendig aufzusagen. Ganz so, als ob eine König der Löwen Theaterversion anstünde. Nach dem dritten Durchgang soll Favreau sich schließlich zu freien Improvisationen aufgefordert haben. Billy Eichner zufolge soll aus dieser Session schließlich erstaunlich viel Dialog hervorgegangen sein, der unverändert in die Endfassung des Films aufgenommen wurde. Ein Aufwand, der sich sichtlich gelohnt hat. Fakt Nummer 5 Disney Remakes haben es dem Regisseur angetan. Mit Das Dschungelbuch machte Jean Favreau erstmals als jener Regisseure von sich reden, welcher sich an ein Remake eines beliebten Zeichentrickklassikers aus dem Hause Disney heranwagt. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms von 1967 kombinierte Realfilmaufnahmen und Computeranimationen und galt in der Welt des Films aus technischer Sicht als Meilenstein. Mit der Neuauflage von König der Löwen setzt Favreau nun auch dies nicht nur als Regisseur, sondern auch wie bereits für das Dschungelbuch auch als Co-Produzent. Bemerkenswert, der Amerikaner ist der erste Regisseur, der sich bereits für zwei Disney Remakes verantwortlich zeigt. Fakt Nummer 6 Der Film treibt Fotorealismus auf die Spitze Als erste Bilder zur Neuauflage von König der Löwen die Runde machten, spekulierten die Fans und Kritiker zunächst darüber, ob das Remake als Realfilm daherkommen würde, denn die veröffentlichten Charakterposter wirkten derart realistisch, dass diese Vermutung durchaus berechtigt war. Tatsächlich handelt es sich bei John Favreau's neuesten Wurf aber um einen verblüffend umgesetzten fotorealistischen CGI-Film. Mit der dafür verwendeten VR-Technik konnte Favreau's Team bereits während der Arbeit an das Dschungelbuch Erfahrungen sammeln und sie für den König der Löwen entsprechend perfektionieren. Fantastische Elemente, wie sie vor allem in den Gesangsszenen im Zeichentrickfilm vorzufinden sind, entfielen zugunsten realistischer Darstellungen der unterschiedlichsten Tierarten. Doch diese eindrückliche technische Leistung überzeugt, auch wenn Publikumsliebling Timon nun ganz nach Erdmännchen-Manier auf 4 statt auf 2 Pfoten rennt. Fakt Nummer 7 Eine unvergleichliche Stimme wird im Remake erneut zu hören sein. James Earl Jones lieh nicht nur Mufasa, sondern auch Darth Vader aus Star Wars seine Stimme. Wer sich der König der Löwen in der Originalfassung angesehen hat, den erwartet in John Favreau's Remake ein ganz besonderes Highlight. James Earl Jones' unverkennbare Stimme, die bereits 1994 König Mufasa Lee wird nämlich im Remake wiederzuhören sein. Nostalgie ist damit vorprogrammiert. In der deutschen Fassung musste anstelle des im Jahre 2008 verstorbenen Wolfgang Kühne der deutsche Fernsehradio- und Synchronsprecher Matti Klemm einspringen, der als Senderstimme des Fernsehsenders Kabel 1 und als Präsentierstimme der Fußball-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft bei den Sendern ARD und ZDF bekannt sein dürfte. Obwohl der Film sich sehr nah an seine Vorlage hält, gibt es auch einige Abweichungen, die durch eine deutlich längere Spielzeit des Filmes ermöglicht wurden. So wurde unter anderem ein großer Fokus auf die weiblichen Löwinnen Sarabi und Nala gesetzt. Laut Favreau diente Beyoncés Bühnenpräsenz den Animationen als Inspiration für ihre Arbeit an den Bewegungsabläufen der erwachsenen Königin Nala, die einerseits als sehr kraftvolle Figur und eine Kämpfernatur angelegt ist, sich zugleich aber auch durch ihr großes Herz auszeichnet und viele unterschiedliche Typen in sich vereint. Fakt Nummer 9. Beyoncé steuerte einen neuen Song bei. Zur Freude vieler Fans enthält John Favreau's neuester Film sämtliche Songs aus dem ursprünglichen Zeichentrickfilm. Zusätzlich zu den Klassikern wie The Circle of Light oder Seid bereit, findet sich auch ein von Beyoncé beigesteuertes neues Stück im Film. Laut Favreau soll der neue Track bestens in das bestehende Der König der Löwen Repertoire passen, wofür auch eine Kollaboration mit Libu M. und Hans Zimmer beigetragen haben dürfte. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Wie haben euch die Fakten gefallen und schreibt's mal in die Kommentare, welcher Fakt ihr den krassesten fandet. Also für mich war es eindeutig Fakt Nummer 6, weil der Fotorealismus in diesem Film wirklich unvergleichbar ist. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal!